Die Gruppen haben sich wieder zusammengeschlossen. Okay. Dann würde ich natürlich... Oh! Sehr gerne nochmal hier... ein bisschen... an der Zusammensetzung arbeiten, muss ich sagen. Aber geht natürlich auch so. Hallo, hier! Drehe dich mal zu mir! Das Problem mit denen ist, die kann man nur mit einem Verhängnistreffer töten. Aber dazu muss er natürlich mal zuschlagen. So. Geht doch. Oh, shit! Trey hat's erwischt. Kann ich ihn irgendwie wiederbeleben? Gibt's denn Gegenstände zum Wiederbeleben? Ich glaub schon, ne? Ah, müssen wir mal schauen. Die Tränke nicht... Ähm... Aber ich würde denken, was ist denn das Harz eigentlich? Teltre-Gener. Okay. Hm. Ne, sieht irgendwie schlecht aus. Puder-Dune? Nein. Okay. Ne, sieht irgendwie nicht so gut aus. Ich glaube, wir werden nichts haben, was wiederbelebt. Ist ein bisschen ärgerlich, aber... Ich sag mal so, wenn's nur Trey ist, geht's noch. Hier. Haben wir doch was. Geht nicht? Ach Mist, das hätte ich wahrscheinlich vorher auf ihn anwenden müssen. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Okay. Dafür ist es dann jetzt wohl zu spät. Risiko dein Leben. Na dann. Lass mal Seven wieder reinbringen. Du musst mir nicht sagen. Und dann haben wir noch eigentlich... Wieder unsere normale Standard-Truppe. Sehr gut. Okay. Wir müssen da lang, oder? Kann man das Scheidewegs? Ich schau mal nach. Hm. Ja, Norden. Genau. Das sollte passen. Oh. Wir haben die Wahl. Zu Lissi werden und Ruprum retten oder als Sterbliche voranschreiten. Oh. Was machen wir? Ich weiß es nicht. Mich reizt es ja irgendwie, Lissi zu werden und zu sehen, was man dann kann. Ich würd sagen, wir spielen sowieso beides. Von daher treffen wir die Wahl und werden Lissi. The Place of Final Judagement. Lassi, ja? Na, da bin ich ja jetzt mal gespannt. Was bedeutet das für unsere Fähigkeiten? Oh, ho, 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 heilige Scheiße. Das kriegen wir hin, glaube ich. Müsste ich denn überhaupt jemanden anvisieren hier? Glaubt nicht, oder? Alles klar, Mama? Oh. Ah, ha, ha, ha. Na, klasse. Und wir müssen uns jetzt der großen Übermacht entgegenstellen. Na, Glückwunsch. Nicht, dass das schwer werden dürfte, aber es sind schon ein paar. Nicht wahr? Okay. Wir müssen immer bloß wellenweise das Ganze beseitigen. Alles klar. Ähm, die Städte sind weg, stelle ich gerade fest. Wir müssen ja Rubrum verteidigen, ne? Das ist doch unsere Aufgabe. Ich wüsste sonst nicht, wo wir hin sollen. Also verteidigen wir einfach Rubrum und beseitigen die Russos, die direkt auf die Stadt zumarschieren. Oh Gott, das muss ich denn hier sein. Mehr? Wie viele müssen wir besiegen? Und welche Wahl haben wir da jetzt eigentlich genau getroffen? Oh shit. Ich wechsle mal lieber. Ich bin mir nicht ganz... Ne, ich bleib doch lieber bei Seven. Das ist mir... Das ist mir lieber, wenn ich darüber entscheiden kann, ob sie getroffen wird oder nicht. So, die Frage ist auch, was für eine Entscheidung haben wir damit getroffen, dass wir Lassie geworden sind? Was bedeutet das für die Welt? Und wie lange wird sich das hier hinziehen? Was ist mein Ziel? Also laut Karte... Ja, der Tempel ist da. Das stimmt schon. Müssen wir noch irgendwas im Tempel machen? Können wir überhaupt hin zurückkehren? Es sieht nicht so aus, oder? Doch. Okay. Hoioioi, damit sind wir wieder hier. Alles klar. Die Frage ist, wo müssen wir jetzt hin? Also die Kämpfe sind ja an sich nicht schwer. Wir können das ein bisschen so unendlich hervorziehen. Das ist völlig okay. Ja, wir müssen hier lang, wie es aussieht. Der hat was für uns. Eine Ampulle Phönixblut. Und einiges an EP. Alter. Das ist... Das ist der Stabschef. Das sehe ich ja jetzt erst. Und einiges an Gil. Oh, wie tragisch. Der Stabschef ist tot. Das tut mir ja so, so leid. Dass es ihn erwischt hat, nach all den Intrigen, die er gesponnen hat. Das endet jetzt. Na gut. Oh, shit. Oh, verdammt. Was? Oh, ich habe nicht aufgepasst. So ein Ärger. So, dann machen wir es lieber auf den Fernkampf. Stimmt, ich habe nicht auf diesen verdammten Verhängniszustand geachtet. Das ist natürlich ärgerlich. Ah, Mist. Das ärgert mich jetzt schon ein bisschen. Ich kann es überhaupt nicht leiden, wenn Seven drauf geht, muss ich sagen. Aber gut. Lässt sich alles regeln. Auch King ist gut genug, um die fertig zu machen. Na, wie viele kommen noch? Gebt mir mehr. Oh, komm schon. Alter, ein Schwert bei dir. So, und der dritte noch. Wunderbar. Ich sehe schon, irgendwie tut sich hier nicht wirklich was. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind in einem endlosen Kampf um das Überleben rubrums verwickelt. Nicht mit mir, mein Freund. In jedem Fall können wir hier sehr gut Anime sammeln. Oh, das Level steigt an, sehe ich gerade. Na, komm schon. Los, ein bisschen vorsichtiger sein als vorher noch mit Seven. Dann, puh. Was geht mit dir ab? So, schnell weg mit dem. Was war denn das? Ich bleib dann doch lieber bei den normalen Russus als Gegner, ehrlich gesagt. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass es jemals endet. Das endet jetzt. Lass mal noch hier Unterstützung dazu holen. Das kann, glaube ich, nicht schaden. So. Und der dritte noch. Tja. Was ist unsere Mission? Wir sind auf dem richtigen Platz. Aber es kommen immer mehr. Und wir können eigentlich nicht viel ändern hier. Hm. Ich weiß nicht so recht. Mann, 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 Mann. Sollen wir vielleicht hier durch diese Tür schreiten? Geht das? Nein. Ich weiß nicht, was ich hier gerade tue. Wenn ich ehrlich bin. Ist es denn richtig einfach, immer weiter zu kämpfen? Oder ist es am Ende sinnlos, was wir hier tun? Deinen Worten nach ist es schon ein paar Mal geendet. Sieht aber momentan nicht danach aus. Und Cater ist draufgegangen. Huuu. Schnell weg. Ne, 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 ne. Lass mal die Scheiße. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass das Level von unseren Gegnern steigt. Es ist halt so ein bisschen wie so ein Trainingsgebiet, ne? Ich glaube, wir gehen mal... Wir können nicht wieder gehen. So, den einen hätten wir zumindest schon. Oh, nein. Wird ganz schön erwischt da drüben. So. Wer ist noch du in der Sammlung? Können wir nicht gehen jetzt? Nein, können wir nicht. Und es bleibt keine Wahl. Wir können nur immer weiter kämpfen. Geht es vielleicht darum, dass wir, wenn wir des Sie werden, bis zu unserem Tode weiterkämpfen? Weil wir uns dadurch, äh, uns unter die Kontrolle eines Kristalls zu stellen, dagegen entscheiden, Agito zu werden? Es leuchtet mir noch nicht ganz ein. Aber vielleicht werden wir ja früher oder später mal darüber aufgeklärt, was es denn hier soll. Ich meine, irgendwann muss das ein Ende haben. Das kann nicht ewig so weitergehen. Wobei ich es zugegebenermaßen sehr geil finde, so viel Schaden zu machen als des Sie. Aber das hier kann nicht Sinn und Zweck der Sache sein, oder? Oh, Mann. Ich werde mal noch ein bisschen weiterkämpfen und wir werden mal schauen, ob sich hier noch irgendwas ändert. Aber ich werde an der Stelle mal einen kurzen Cut reinmachen und die Aufnahme geht dann da weiter, wenn sich irgendwas ändern sollte. Rein aus Unterhaltungsgründen, denn so spannend sind die Kämpfe nicht. Also, bis gleich. So, da sind wir wieder. Und wie ihr seht, es endet immer noch jetzt, laut seinen Worten. Tja, ich hab mal nachgeschaut, weil es nicht endet. Und, große Überraschung, dieser Kampf endet tatsächlich nie. Und es ist genauso, wie ich es gesagt hab. Letztendlich schadet man sich damit, insofern selbst, Lissi zu werden, dass man den Kreislauf nicht durchbricht. Man entscheidet sich dazu, einer von den vielen zu werden, die unter die Kontrolle des Kristals geraten. Und deshalb kann man nicht gewinnen. Dieser Kampf geht unendlich lange weiter, bis am Ende alle der eigenen Truppe gestorben sind. Das heißt, man kann nicht als Lissi gewinnen. Und deshalb würde ich sagen, beenden wir dieses kleine Experiment an dieser Stelle. Und nehmen die eigentliche richtige Entscheidung, die ich mir, weil ich sie richtiger und wichtiger finde, als zweites aufgehoben hab. Und kämpfen als Menschen weiter. Bis gleich.